Servus Leute, was geht? Mein Name ist Tobi und herzlich willkommen zum vierten Part von Let's Play Meeting 2. In der ersten Linie muss ich euch kurz sagen, dass ich meinen Farm-Account eingefroren habe und den erstmal auf Level 9 gefroren habe. Ich möchte nicht weiter hochleveln, bis ich nicht mit meinem Main-Account auf Level 40 bin und wir da mit dem Julian zusammen eine Gilde aufmachen können, weil sonst wäre das XP auf jeden Fall komplett verloren. Ich würde den ganzen Loot-Drop von Level 0 bis 20 und Map 1 komplett überspringen. Das würde auf jeden Fall keinen Sinn machen. Das sind auf jeden Fall viele, viele Drops, die man auf jeden Fall zum Appen braucht und auch gut, gut, gut verkaufen kann. Deswegen belasse ich das erstmal an der Stelle. Dann habe ich mir gedacht, gehe ich auf Map 1 und 2 und farm das von ein paar Metins, aber habe da nicht so viele gefunden. Fünfer Metin, den habe ich dann stehen lassen, weil ich da halt mit Level 20 nichts mehr rausbekomme. Und 15er Metin habe ich gemacht, 25er Metin habe ich gemacht, ich glaube 10er war keiner dabei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann erstmal Metin gelassen und erstmal die Jagdaufträge weitergemacht, dann die Hauptquest gemacht, da habe ich dann auch ein Silberabband rausbekommen, fand ich ziemlich, ziemlich geil. Wie gesagt, dann auch Level 20 erreicht gehabt, war davor Level 19 und konnte dann auch die Jungheldenwaffe dann rausholen. Das habe ich dann aber auch erstmal gelassen, weil die halt eben in 14 Tagen abläuft und ich nicht weiß, wie regelmäßig ich halt Metin spiele oder wie regelmäßig halt Parts kommen, weil halt in nächster Zeit auch, was Let's Plays angeht, nochmal was eigenes geplant ist. Da könnt ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen. In nächster Linie habe ich dann auch die Biologen-Quest gemacht. Das war für mich dann auch ganz wichtig, dass ich die weg habe, weil das so für mich die ekelhaftesten Quest sind, die es einfach gibt, weil man halt ewig für irgendein Farm-Item farmt und dann sagt der Biologe noch zu dir, hey Digga, es hat nicht funktioniert. Und dann denke ich mir so, okay Digga, dann habe ich jetzt erstmal keinen Bock dir zu helfen und dann mache ich jetzt erstmal jemand anderem eine Freude. Und deswegen bin ich dann auch weitergegangen, habe mir selber eine Freude gemacht, habe dann noch eine Berengalle bekommen. Zwar nicht so geilen Shit und auch keine FBs jetzt aus den Metins, aber dann halt eben auch eine Berengalle, was mir dann halt auch ziemlich weiterhilft, wenn ich dann halt mein Tigerplattenpanzer oder halt die Rüstungen von Level 0 bis 18 dann halt weiter abben möchte. So, das war's jetzt hier erstmal für den Anfang. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine Bewertung für den Part da lassen könntet und jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit dem offiziellen Part. Viel Spaß! Servus Leute, was geht? Mein Name ist Tobi und herzlich willkommen zum vierten Part von Let's Play Metin 2. Mit dabei ist der Julian. Was geht? Man kennt mich. Der Julian macht eine richtig komische Anmoderation, Freunde. Und ich rufe ihn jetzt an und frage ihn einfach mal, was da eigentlich los ist. Julian, warum machst du eigentlich so komische Anmoderationen? Äh, weiß nicht. Immer das gleiche, Digga, immer das gleiche. So, Freunde, im heutigen Part habt ihr schon in den ersten zwei Minuten gesehen, habe ich euch wieder erklärt, was ich so gefarmt habe, was ich so getroppt habe und was wir jetzt heute in dem Part machen, seht ihr anhand von dem Titel. Wir befinden uns hier vor einem leichten Affendungeon auf Map 2 und werden heute euch mal erklären, wie ihr in den Bossraum kommt, was für Mobs ihr töten müsst, um Pferdemedaillen zu bekommen und wie viele Pferdemedaillen ihr insgesamt auch braucht für die ganzen Pferde, damit ihr euch auch schon mal direkt mal im Voraus im Klaren seid, dass ihr halt die ein oder anderen Pferdemedaillen entweder kaufen oder farben müsst. Aber ich würde euch da eher empfehlen, sie zu kaufen und davor irgendwas zu farben, was halt dir die ein oder andere Million bringt, weil ich glaube, Pferdemedaillen sind auf dem Markt jetzt nicht so arg teuer. Ich würde sagen, wir betreten mal das Affendungeon. Genau. Es gibt nämlich mehrere Affendungeon, die variieren von der Schwierigkeit her. Es ist ganz egal, wo ihr farmt, die Pferdemedaillen werden immer die gleichen sein. Aber je nachdem, welches Level ihr seid, kommen die natürlich in den leichteren Dungeons dann für euch nicht mehr. Das heißt, es macht Sinn, falls ihr noch relativ low im Level seid, im leichten Affendungeon direkt an die Pferdemedaillen zu farben, damit ihr das hinter euch habt. Weil das kann sich auch, Tobi, wie du weißt, recht ätzend herausstellen. Ja, das ist auf jeden Fall echt ziemlich ätzend. Vor allem, wenn du da ein bisschen ein höheres Level hast, wenn du da jetzt, sag ich mal, ab Level 25 bis 30 bist, dann musst du da auf jeden Fall schon ordentlich schlucken, dass du da überhaupt noch irgendwie was farmst, weil das ist natürlich immer von Level zu Level unterschiedlich, was man jetzt genau an prozentualen Dropchancen dann halt eben hat. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich muss aber ein bisschen aufpassen. Die Affen machen auf Dauer relativ viel Schaden, geben jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber ich glaube, in den ein oder anderen Updates wurde das, glaube ich, gefixt. Ich glaube, die geben mittlerweile ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Also damals zu alten Medienzeiten konnte ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Da gab es fast gar nichts. So, wir werden euch heute nämlich auch in diesem Video zeigen, wie ihr zum Bossraum kommt. Und das ist natürlich auch ganz interessant. Wir werden jetzt erstmal auf dem normalen Weg zum Bossraum laufen. Und sollten wir da angekommen sein, werden wir den Boss versuchen. Ich glaube nicht, dass wir ihn downen. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir es überhaupt schaffen, zum Bossraum zu kommen, weil da gibt es ja auch die Felsenaffen und die Generäle. Die sind übelst heftig. Und wir kriegen jetzt wahrscheinlich auch jetzt schon ordentlich Damage ab. Ich hatte damals schon auf meinem Sura auch komplettes Plusneuner-Equipment. Wir sind noch nicht mal Gruppe, genau. Ja, das haben wir auch komplett vergessen. Gleichmäßig kannst du auch machen. So, dann können wir direkt eigentlich mal die ganzen Affen killen. Wir müssen euch nur ein bisschen aufpassen, Freunde, weil die Affen spawnen nämlich nach. Und zwar relativ zügig. Ihr seht, ich bin jetzt hier schon half-life. Und zwar nur wegen diesem einen Affen, der hier dauerhaft schießt. Es kommt natürlich auch drauf an, wenn man jetzt zum Beispiel Feuerresistenz hat, dann hat man im Affen-Dungeon, glaube ich, einen besseren Vorteil. Weil ich glaube, das sind Feuerkugeln, was die Dinger da werfen. Und gegen Schwertverteidigung, beziehungsweise gegen Mobs mit einem Schwert, hilft auf jeden Fall auch Schwertverteidigung. Ist auf jeden Fall nicht nur krass im PvP. Ist auch krass im PvM. Deswegen fand ich das eigentlich ganz nice, dass ich die Holzhaltskette da über hatte. Und ja, die habe ich aber... Boah, ich bin geschlachtet. Oh, da bist du nicht rechtzeitig mitgekommen. Weil, wie gesagt, das war ja das, was wir gerade angeteasert hatten. Wenn du da nicht auf Zack bist, dann bist du so wie der Julian einfach mal kurz muss. Weil die Leute, beziehungsweise die Affen, die überrennen dich einfach. Ja, da bist du auch ganz schnell Zack tot. Ja. Zack, boom, tot. So, dann können wir direkt mal hier reingehen. Also ihr habt es gesehen, geradeaus erstmal ins Affendungeon rein, dann erste Abzweigung links und dann erstmal hier weiter. Und dann sind wir jetzt hier erstmal an dem Portal hier angekommen. Obwohl die Dinger schwachen Affenwerfer heißen, sind die trotzdem stärker als gedacht. Das ist nicht sehr vorteilhaft, wenn man solche Klassen wie zum Beispiel Lucana spielt oder Vasu jetzt im Julians Fall. Bei mir geht es noch einigermaßen, weil ich eigentlich nichts habe, was eigentlich dauerhaft irgendwie MP frisst. Ui, mein starker Körper macht sich da auf jeden Fall bemerkt, muss man dazu sagen, weil der gibt mir nämlich... Du bist vier Level über mir. Ja, ich weiß, aber mein starker Körper macht da schon nochmal viel aus. Ja, ich weiß, dass ich viel über dir bin, aber mein starker Körper, glaub mir. Scheiße, ich bin auch tot. Ich bin safe auch tot. Ich bin safe auch tot. Guckt euch das mal an, ich renne weg. Das war's mit dem Affen. Oh, nein. 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 Scheiße. So, das ist auf jeden Fall der Plan, ist auf jeden Fall nicht so schwierig, muss ich jetzt mal dazu sagen. Das Problem ist halt immer nur die Mobs und die Affen, die halt immer hin und her nachspawnen. Aber wenn man auch mal im Bossraum ist, mit der richtigen Taktik kriegt man den Boss eigentlich down. Das dürfte eigentlich echt kein Problem sein. So, wir spawnen jetzt erstmal wieder in der Stadt neu. Ich hasse mein Unterbewusstsein. Warum? Wir haben doch vor dem Part geredet, Julian isst die Peperoni nicht, beziehungsweise ist die Chili. Ja. Jetzt hast du sie gegessen, oder was? Ich hab einfach reingebissen, Digga. Ich hab nicht nachgedacht. Scheiße, Digga. Jetzt brauchst du Wasser. Jetzt kann er nicht mehr reden. Ich, ich halt's aus. Für euch, Leute. Ey, das ist doch weird. Das brennt wie scheiße. Weißt du, das auch brennt wie scheiße? Mein Anus, der gerade komplett von Affen zerfetzt wird. Ja, Mann. Und wenn ich überlege, ist in einem Level meine Fähigkeitsstarker Körper schon auf Meister. Dann kann ich da schon die ersten Fähigkeitsbücher mal snacken und mal lesen. Und in der Hoffnung, dass das relativ schnell auf G geht. Und von G dann auf P. Und dann wäre das relativ geil. Und ja. Ja, aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch eine lange Reise, meine Damen und Herren. Deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr an der Stelle mal ein Abo und ein Like droppen würdet. Das würde mich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich supporten und auch motivieren für den weiteren Schnitt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, genau. Ja, genau. Ich sag dir genau, aus dem kommt einer raus. Alter, Digga. Was? Digga. Hey. Alter, die Fresse. Ich hab kaum die Fresse zugemacht. Alter, was muss ich hier für ein Bullshit schneiden, Alter? Digga, nimm's mit, yo. Was ist los, Digga? Übelst heftig. Lass weitermachen. Vielleicht finden wir noch eine. Ja, wir wollten es so mal anteasern, wo man die herbekommt. Weil nachher kommen die Fragen auf. Hey, ihr habt euch da gerade ein Pferd geholt. Habt euch da aus irgendeinem Shop eine Medaille rausgekauft oder irgendeine Marke. Aber wo gibt's die eigentlich zu droppen? Deswegen hier erstmal an der Stelle. Normalerweise hält man sich nicht groß im Affendungeon auf. Außer wenn man den Boss killen möchte. Dann halt fürs Kraut. Und mit dem Kraut kann man dann halt eben sein Pferd wiederbeleben. Sollte man irgendwie inaktiv sein und mal das Pferd nicht füttern. Weil das ist natürlich alles Echtzeit. Wo abläuft auch die ganzen Sachen, die ihr euch praktisch im Itemshop kauft. Das heißt irgendwie Diebeshandschuhe, damit ihr Doppeldrop habt oder irgendwas anderes. Ist alles echtzeitabhängig. Und deswegen solltet ihr, wenn ihr euch da was kauft, auf jeden Fall auch aktiv sein. Weil ansonsten setzt ihr da Geld einfach ins Meer. Das macht einfach keinen Sinn. Genau. Was man noch im Affendungeon formen kann, und zwar nur im schweren Affendungeon, ist vom Boss des Affenei. Da kann man sich so ein kleines süßes Affenpad holen. Eins der wenigen Pads. Und ich glaube sogar das einzige, was ohne Pay-to-Win erreicht war ist. Äh, ja. Ich denke, ich denke sogar schon, ja. Nee, nee, äh, das, äh, ich glaube das, äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Jetzt fällt mir gerade, ich glaube von der Spinne und von Arasul. Ah, okay, ja gut, aber das ist so Late-Game-Content. Ja, das ist natürlich schon Late und hier, äh, hier der Baron oder der, wie der heißt da, dieses komische Viech. Ja, auf jeden Fall ist das Affenei das Erschwinglichste. Genau, also damit kann man dann auch, sag ich mal, mehr oder weniger ein bisschen Geld machen. Wird jetzt nicht so heftig gekauft, wie jetzt zum Beispiel Ab-Items. Auf einen Hacker kriegst du dafür so, ja. Aber ich glaube das Interessanteste, ich glaube das Interessanteste, was Ab-Items angeht, und wirklich, dass wir mal auch ein Part machen, ein Let's-Play-Part, wo wir praktisch mal nur verkaufen, wo wir uns praktisch mal nur ums Verkaufen, äh, ums Handeln kümmern. Boah, das wird der Zeitraffer intensiv, Alter. Nein, 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 da kommt kein Zeitraffer rein, da erklären wir, wie es Handeln funktioniert und was man nicht machen sollte, um nicht gescammt zu werden zum Beispiel. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wo, worüber viele sich nicht klar sind. Wenn der eine zum Beispiel sagt, hey, gib mir mal das und ich ab dir das und gib dir danach das, das ist schon mal echt nicht gut, wenn dann, wenn das so schon anfängt. Also da wisst ihr auf jeden Fall, haltet euch von solchen Leuten auf jeden Fall fern, die haben da auf jeden Fall nichts Gutes vor. Die ziehen euch einfach das Item ab und ihr seht den Typen nie wieder. Entweder lockt sich aus, was aber nun mal nötig ist, weil, ihr könnt euch auch bei der, in der Linie nur nicht mal bei einem Admin beschweren, weil ihr seid ja dann im Endeffekt der Dumme gewesen und habt das Item rüber getradet, ohne irgendeine Gegenleistung. Zum Beispiel hätte man dann immer sagen können, was ich immer zum Beispiel ganz schnell und ganz gern mal mache, ist zum Beispiel sage ich zu dem, hey, wenn du meine Rüstung abnehmen willst, gibst du mir deine als Gegenleistung. Ich würde mal so sagen, es ist wie ein unterschriebener Vertrag in der Erleben, wenn du einfach den Vertrag, was du mal unterschrieben hast, hast du einfach Pech gehabt. Ja, wenn du das Kleingedruckte nicht lesen kannst, bist du einfach dumm. Wenn man das mal so ausdrücken kann. Wir könnten ja theoretisch eine kaufen, eine Pferdemedaille und die dann fallen lassen und dann setzen wir eine ganz eleganten Cut. Das ist auch, äh, ja, also finde ich jetzt nicht so geil, aber nee, nee, das machen wir nicht. Für die ganz tollen Aufpassen, die bemerken es dann sofort, weil kein Name drüber steht. Nee, ich feiere sowas nicht, weil ich möchte eigentlich schon real bleiben. Ich möchte eigentlich schon echt real bleiben. Ich sag dir genau, aus dem kommt eine raus. Alter, Digga, was, Digga, hey, halt die Fresse, ich hatte kaum die Fresse zugemacht. Freunde, an der Stelle wirst mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf den Part erstmal eine positive Bewertung da lassen könntet. Wird mich auf jeden Fall freuen und supporten und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part, Freunde. Bis dahin, macht's gut, bleibt fit und tschüssi. Ja, ah, guck mal. Kommt und abonniert, wenn es euch gefallen hat. Gebt doch noch ein Like, dann geht es für mich später weiter. Das Leben hier ist hart, deshalb schreib einen Kommentar. Klickt doch irgendwo hier hin oder schau auf meinen Kanal.